Hallo Hansa-Fans! Das Quiz-Taxi präsentiert von Autowelt Rostock. Das ist natürlich für euch am Start und heute mit zwei richtigen schwedischen Legenden. Zu meiner Linken Peter Wiebron 1998 bis 2003 137 Spiele für den FC Hansa Rostock und zu meiner Rechten Magnus Avison 1999 bis 2006 sogar 181 Spiele für den FC Hansa Rostock. Also, das haben wir geklärt. Wir sind fit und frisch und fröhlich und jetzt wollen wir einmal gucken, wie fit die beiden dann mit dem Fußballwissen sind. Los geht's. So, ich bin dieses Auto noch nie gefahren. Also, ich krieg immer ein neues Auto. Ich weiß nicht, ob wir heil ankommen irgendwo. Ja, ich muss euch irgendwie heil... Ich muss euch heil... Ja genau, ansteigen. Heil zurückbringen, sonst krieg ich Ärger. Eure Familien warten ja. Kein Problem, wir sind jetzt in der Stadt. Kaufen Klamotten. Und andere Dinge. Gut. Es kostet uns viel Geld heute. Ja, aber wir können ja hier auch Geld heute einspielen. Ja, das können wir auch machen. Mal schauen. Ja. Okay, also, das Hansa Quiz-Taxi startet sieben Fragen. Ich habe es euch vorher erklärt. Ja. Und wir starten mit Frage 1 und ihr könnt jetzt einmal auf eurem... Die Frage 1 müsste aufgerufen sein. Ja. Wir starten einfach, hoffe ich, Kategorie Hansa Intim. 1999, 2000 und 2001, 2002 war Magnus Avison Torschützenkönig des FC Hansa Rostock. Welcher Hauptsponsor war damals auf seinem Trikot? War es A. Kia Motors, B. Lübzerpilz, C. Reuropsen oder D. Vibron Technology. Vibron Technology. Das ist ganz klar. Nummer D. Ich glaube, es ist 100% sicher. Das ist Kia Motors. Ja, habt ihr gut in Erinnerung. Ja, und selbstverständlich lösen wir gleich auf. Das ist richtig. Das erste Geld und die erste richtige Antwort. Sehr gut. Die können einmal weiterwischen für die Frage 2. Kategorie Freundschaft. Welche schwedische Großstadt ist seit 1965 offiziell eine Partnerstadt von Rostock? Ist es A. Göteborg, B. Uppsala, C. Helsingburg oder D. Stockholm? Wer ist Partnerstadt von Rostock? Also Helsingburg ist nicht so weit, aber Uppsala und Stockholm glaube ich nicht. Oder? Also, sagen wir A. Sagen wir A. A. Göteborg. Du verlässt dich auf Peter, Magnus? Ja. Hast du das früher auf dem Platz auch immer gemacht? Ja. Weißt also, wenn Peter den Pass gespielt hast, du wusstest. Ja. Also ihr entscheidet euch für A. Göteborg. Ja. Und diese Antwort ist richtig. Ja, das ist Göteborg. Das haben wir gut gemacht. Gut diskutiert. Uppsala und Helsingburg sind ja inzwischen gewachsen, also auch über die 100.000. Früher waren sie aber sehr klein, noch zu der Zeit. Da gab es nur Göteborg und Stockholm. Also 2 von 2, das ist doch ein guter Start. Ja, ja. Das wäre ein schwieriger Fall. Jetzt wird es schwer. Ja, natürlich. Wir können ja nicht nur bei Einfachen bleiben. Und das wissen bestimmt die meisten Fans zu Hause auch nicht. Kategorie Ostseestadion. Frage 3. Wie hoch dürfen die Grashalme im Ostseestadion bei einem Bundesligaspiel maximal sein? 1,5 bis 1,8. 2,5 bis 2,8. Oder sind es sogar 3,5 bis 3,8 oder 4,5 bis 4,8? Wie lang ist das Gras bei einem Bundesligaspiel? Und das wird nachgemessen. Können wir in den Internet gucken? Versuchen. Genau. Ich weiß glaube nicht, dass du es findest, aber... Nein. Kann man die Frage tauschen? Nein. Du hast ja Joker. Du kannst ja 50-50-Joker. Du kannst jemanden anrufen bei den Fragen. Wer könnte das so was wissen? Ist natürlich schwer. Meistens muss es ja ein Schiedsrichter sein. Ja. Und das... Ich glaube A oder B. Wir rufen... Wie heißt der? Markus... Der deutsche Schiedsrichter? Markus Merck? Ja. Können wir ihn anrufen? Wenn du das Telefon mal hast, muss es deinem Telefon sein. Ja, okay. Fünf Zentimeter wäre zu lang, wenn man das so... Grund B? Ja, ja. Grund B. 50-50. 50-50. 50-50. Und es fallen weg die Antworten A und D. Es bleiben übrig B und C. Ja, B und C. Dann sagen wir B. Ja, B. Ihr seid euch einig, die Rastalme dürfen 2,5 bis 2,8 Zentimeter hoch sein. Ja. Und diese Antwort ist wieder richtig. Oh! Drei von drei. Was ist los? Also ja, ihr habt einen Lauf. Also muss man sagen, es ist nicht einfach. Das war eine schwierige Frage. Aber es wird natürlich nicht einfacher jetzt. Nein, nein. Aber es sind alles jetzt Gebiete aus eurer Zeit. Ihr kennt die Spieler oder ihr kennt diejenigen, die damit gewirkt haben. So wie auch bei Frage 4, Hansa historisch. Okay. Im Jahr 1998 gab der älteste Spieler der Hansa Geschichte sein Debüt beim FC Hansa. Ja. Es war A. Bashirou Salou. Oder war es B. Peter Bosch. War es C. Matthias Schober. Oder war es D. Peter Wieborn. Ja. B. B. Was war ein Jahr. Also vom Alter her hat er der älteste. Im Jahr 1998, er gab er der älteste Spieler der Hansa Geschichte. Im Jahr 1998 gab er der älteste Spieler, der Hansa Geschichte sein Debüt beim FC Hansa. Ja, das.. Diese Frage muss ich können oder was? Also derjenige, ich gebe nochmal einen Hinweis. Ich weiß, dass 1998, im November, kam ich nach Rostock und ich war 29 Jahre alt, ich war ganz alt. Aber die Frage ist, waren die anderen älter? Und Barscher, wie war es später? Aber er ist im Jahr 1998. Der ist Peter Wiber. Vielleicht gab es ja noch einen, der älter war. 1998? Peter Bosch, dann. Ich weiß nicht. Ich glaube, im Jahr. Aber er spielt nicht in 1998. Er kann schon da gewesen sein, sozusagen. Er muss nicht gekommen sein. Also 1998 lief einer von den Vieren auf und bis heute war es der älteste, der jemals aufgelaufen ist. Er hat jetzt in seinem ersten Spiel vorhanden. Okay, da kann er auch. Ja, das kann. Weil 29, da warst du ja noch ein junger Hüpfer. Mit 29. Ja, aber dann war Peter Bosch. Da haben wir ja alles verändert. Ja. Aber ja, er kam ja in 97, 98 Saison gespielt. Peter Bosch. Ja. Und ich kam für die Saison 98, 99. Und er ist auch aufgelaufen für Hansa. Ja. 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 Ja, wir enden unser Antot. Und wir... 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 Und er ist aufgelaufen mit 34 Jahren und 81 Tagen. Achso. War sein erstes Spiel. Hier sein Debüt. Und er ist der älteste Spieler der Hansa Geschichte. Ah. Das war richtig die Antwort. Peter Bosch. Ja. 4 von 4. Also noch einmal umgeschwenkt. Aber ab jetzt gibt es keine Hilfe mehr. Nein, ich verstehe. Ich war so sicher, dass... Ich war 98, aber... Die Saison war 97, 98. Hat er gespielt. Ja. Ja. Genau. Okay. Gut. Also. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja. Ich auch. Die Calibri 5. Das Hansa Fanshop. Was? Beziehungsweise wofür ist das? Und ich gebe euch beiden jetzt etwas. Ich zeig's hier mal in die... Ihr kriegt das in die Hand. Das kann man richtig kaufen bei Hansa. Und ihr sollt mir sagen, was das ist. Ist es ein Brieföffner? Ist es eine Pitchgabel? Ist es ein Kühlschrankmagnet? Oder ist es fürs Auto, für den Reifen ein Profiltiefenmesser? Tut man es an den Kühlschrank? Braucht man es beim Sport auf dem Golfplatz? Macht man damit einen Brief auf? Oder misst man damit die Autoreifen vielleicht? Das können wir. Ja. Das können wir sein. Ich spiele bei der Golf. Oh. Oh. Oh nein. So. Aber ich brauche diese nicht. Warum? Ich treffe nie die Green. Wofür ist... Also ich hab das wirklich nur, weil ich wusste es nicht, weil ich nicht... Aber wofür nimmt man das beim Golf? Was macht man damit? Ja. Aber an der Ballkante ist Green. Dann kommt eine... Kleine Marker. Dann musst du das... Hochmarken. Ah. Okay. Und diese kleine Dinge, wenn du auf Green mit dem Ball ist, dann kann du das Markieren. Ja. Dann kannst du das Ball hoch machen. Sag mal so? Ja. Und dann kannst du das Ball zurücklegen und dann put. Ah, okay. Das ist B. Pitchgabel. Pitchgabel. Oh, die Formel war zu einfach. Also... Ja. Das war's. Die Antwort ist richtig. Es ist B. Eine Pitchgabel. Und 5 von 5 richtigen habt ihr jetzt. Und die Pitchgabel, die nehmt ihr mit, damit ihr auf den schwedischen Golfplätzen... Ja, ja. Dankeschön. Die Fahne des FC Hansauerstock hochhalten könnt. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So. Aber ich hoffe doch mal, dass sich jetzt die nächste Frage für euch eine richtige Herausforderung ist. Und ihr kennt ihn natürlich beide sehr gut. Er hat euch viele Jahre lang begleitet. Und dann wird die nächste Person die Kategorie ist. Berühmter Hansa-Trainer. Ja, ja. Und ich möchte von euch wissen, wodurch wurde Juri Schlüns im Jahre 1991 weltberühmt? A. Er wurde von seinem Gegenspieler in den Po gebissen. B. Er wurde innerhalb von 60 Sekunden einmal ein- und ausgewechselt. C. Er bekam die erste gelb-rote Karte im deutschen Fußball. Oder D. Er schoss 15 Saisontore alle per Elfmeter. Wodurch wurde der Juri berühmt? Wir verstehen nicht die Frage A richtig. Er wurde von seinen Gegenspieler gebissen. B. Hintern. Zbäck. 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 Ähm. Den Hintern gebissen. Gebissen? Ja, der Gegenspieler hat ihn gebissen. Aha, okay. Ich muss sagen, ich möchte gerne Juri telefonieren, ob ich ein... Ich hoffe, dass... Zbäck. 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 Ja, oder es gibt Schnaps, Geld oder Schnaps, ne? Schnaps hoffe ich. Schnaps hoffen wir, ja. Und Schnuss auch. Aber sehr gut, Juri. Kommst du morgen? Nein, bis Montag, bis Montag. Ja, okay. Vielen Dank, Juri. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja. Wir sagen C. Wir sagen C. Er bekam die erste gelb-rote Karte im deutschen Fußball. Und wer, wenn nicht Juri, weiß das? Die Antwort ist natürlich richtig. 6 von 6. Vielen Dank, Juri. Aber es ist ja perfekt, er hat deine Nummer noch eingespeichert. Nach so langer Zeit, dass er sofort sagte, Mensch, Peter. Aber Juri war 2004 bei mir zum Besuch. Ah. Ja. Und wir hatten manchmal Kontakte. Telefonieren und SMS. Auch mit Andreas Sacubero. Okay. Ja, und auch mit den Fans. Die haben ja mal eine große Fahrt zu dir gemacht. Besuch bei Peter Webronn. Ja, 2003 da. Wir spielen gegen Hammerby. 4-4 war das Spiel. Super schönes Spiel. Und super schöne Stimmung auch. Bei der Hansa Fans. Und jetzt wird es richtig interessant. Die Frage ist Mitspieler. Und das ist jemand, mit dem ihr zusammen gespielt habt. Und ich möchte von euch wissen, wer ist das? Ist das A, Thomas Ganzauge? Ist das B, Perry Bräutigam? Ist das C, Andreas Jakobsson? Oder ist das D, Christian Brand? Er hat mir das Bild geschickt. Ich soll euch schön grüßen. Und er ist gespannt, ob ihr ihn erkennt. Wer ist das? Ich habe kein Bild. Peter hat kein Bild. Aber ich kann hergucken. Nach wenigen? Jakobsson ist das nicht. Christian Brand nicht. Christian Brand nicht. Wir diskutieren Gansauge oder Bräutigam. Wir sagen Gansauge. Ja, es sieht aus wie Gansauge. Das muss er sein. Er hat halt schwarze Haare. Gansauge ist, glaube ich, gar nicht mehr in Deutschland. Der ist, glaube ich, irgendwo im Ausland jetzt. Ja. In Chicago hat er eine Fußballschule. Ja, noch? Noch. Ja, okay. Magdus, bist du auch sicher, dass es Gansauge ist? Oder könnte es doch der Perry sein? Er sagt Perry. Ich habe erst mal Perry gesagt. Aber du hast ja immer gesagt, du vertraust dem Peter. Ja. Du vertraust ihm jetzt auch, würdest du sagen. Oder sagst du, nein, ich überstimme ihn jetzt und es ist doch der Perry. Es geht um den absoluten Rekord. Sieben von sieben hat hier ganz, ganz selten nur jemand im Auto. Das wäre die Maximalsumme für ein gemeinnütziges Projekt. Habt ihr noch ein Jokia? Ja. Ihr könnt jemanden anrufen, könnt ihr noch. Aber das weiß keiner. Aber es ist richtig, einer von beiden ist es. Ja. Das kann ich euch schon mal sagen. Ihr seid auf der richtigen Spur. Und einer von euch beiden hat recht. Das kann ich auch sagen. Wuuuh. Ihr könnt ja mal im Internet gucken, nach Bildern sozusagen. Wie die denn aussehen. Haben die Spieler bei uns auch immer gemacht, wie die aktuell aussehen? Weil das Bild findet ihr ja nicht. Wie alt ist die Hörer? Da auf dem Bild? Das hat er mir nicht geschrieben. Ich habe gesagt, ich brauche ein Kinderbild von dir. Kommt das Bild von Amerika? Ihr wart beide auf seiner Abschiedsparty, das kann ich euch noch sagen. Abschiedsparty. Weil ich ihn gefragt habe, kennen die dich dann überhaupt und wie gut und so. Ja, ja, die beiden waren auf meiner Abschiedsparty damals von Rostock. Ja, ich sage Party. Du hättest mir Party. Ja, ich glaube Party. Ja, ich habe Magnus. Peter, wer übernimmt die Wahl? Ich mache das. Ich sage, wer sagt Peri-Breutigam. Wir sind ja noch einen kleinen Augenblick bis zum Stadion. Ja. Bis dahin warte ich noch. Erst war Thomas Ganzauge ganz sicher, jetzt ist es Peri-Breutigam ganz sicher. Ich will euch ja nicht auf die falsche Spur lenken. Peter, wer hat früher auf dem Platz die Verantwortung übernommen? Wenn es dann ging, jetzt wird es knifflig. Wer musste jetzt sagen, wir laufen links, wir laufen rechts. Wer hat die Entscheidende die Entscheidung gemacht? Warst du das oder war Magnus das? Magnus. Magnus hat immer die Entscheidung gemacht? Nein, habe ich nicht. Wer war auf dem Platz derjenige, der gesagt hat, das ist es jetzt. Die nächste Antwort von euch, die locke ich dann ein. Ja, ja, okay. Da diskutiere ich auch nicht mehr lange. Wir sagen Peri-Breutigam. Okay, ihr entscheidet euch für Peri-Breutigam. Das ist falsch. Und die richtige Antwort ist... Ihr könnt weiter wischen und dann seht ihr wer es ist. Ah, Gansauge. Es ist Thomas Gansauge. Peter, du hast es eigentlich gehabt. Und Magnus sagt auch, auf dem Platz hat Peter noch immer die Entscheidung übernommen. Es war mit den Haaren, du warst eigentlich richtig. Ja. Ja, ich soll euch ganz lieb grüßen. Er freut sich und er würde sich auch freuen, wenn ihr ihn mal in Chicago besucht und mit ihm zusammen eine Trainingseinheit in der Fußballschule dort macht. Entschuldigung, Gansauge. Ich glaube, das war da gerade euer Auto. Der Werkstatt ist noch da. Ja, aber sie schleppen ihn gerade ab. Der ADAC war da. Aber wir haben ja hier ein Auto von Autowelt. Insofern, wenn euer Auto nicht mehr funktioniert, dann nehmen wir den hier. Dann bekommt ihr den. Zumindest für das Wochenende. Gut, sechs von sieben und wir haben es auf den Punkt geschafft, weil Magnus Verantwortung übernommen hat. Ja, das war... Entschuldigung. Ja, Magnus. So. Aber sechs von sieben ist gut. Das sind immerhin zum Beispiel zusammengerechnet 150 Euro. Ja. Und wir werden auch gleich ja verkünden, wohin das Geld geht. Ja, fast wäre es der Rekord gewesen. Aber immerhin. Hättet ihr gewusst, die erste gelb-rote Karte im deutschen Fußball, dass die beim FC Hansa war? Oder dass die Grashalme wirklich nur 2,5 bis 2,8 Zentimeter hoch sein dürfen? Also Respekt für dieses Wissen. Ja, und insgesamt sind es 150 Euro geworden. Und heute ziehen wir nicht, wohin dieses Geld geht, sondern die beiden haben sich entschieden, dass sie an das Projekt Together as One, ein Kinderheim-Projekt, in Ghana spenden möchten. Dort geht das Geld hin und ich glaube auch, dass das da ganz gut aufgehoben ist. Ja, Peter, hat Spaß gemacht hier im Auto? Ja, viel Spaß. Ich bin 100% ganz sauge, aber man kann nicht alle richtige Antworten haben, aber es macht viel Spaß. Gut, ja, Thomas ganz sauge, Magnus. Also zum Elfmeter angetreten, sagt man, das ganze Stadion wartet und Magnus Avison verwandelt nicht. Das war ganz knapp. Du wirst dir nachher noch einiges anhören müssen. Ja, Entschuldigung, ganz sauge, dass ich dich nicht kenne. Aber ja, manchmal geht, manchmal aber es richtig, manchmal ein kleines Fehler. Aber 6 von 7 ist ja gut und ich glaube, Thomas ganzauge würde als Entschuldigung akzeptieren, wenn ihn wirklich demnächst einmal besucht. Also, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß zu Hause beim Mitraten, Mitlachen, Mitfiebern und bis bald von dieser Stelle. Ahoj! . Bis zum nächsten Mal.